Hi, willkommen zurück in der Soundkabine des Gittershark. Zwei ganz besondere Bässe, Sandberg 25th Anniversary Edition. Sandberg hat mit 25 Händlern 50 Bässe designt zu ihrem 25-jährigen Jubiläum. Zwei dieser Bässe wurden hier vom Jürgen beim Gittershark designt. Weltpremiere Harry Häusl Dronebagger. Tronebagger-Bass-Pickups wurden in Kooperation mit Harry Häusl entwickelt und gibt es bisher nur auf diesen beiden Bässen. Die gute Nachricht ist, der blaue ist noch erhältlich. Die schlechte Nachricht ist, der Jens hat sich den gelben gesichert. Aber wenn ihr einen Sandberg-Bass oder euren alten Bass oder einen anderen neuen Bass modifiziert haben wollt mit Dronebagger-Pickups, kein Problem. Kontaktiert uns, E-Mail schicken, anrufen, alles ist möglich. Und die beiden Bässe sind ganz besonders, weil die 8-Punkt-Halsbefestigung und die 25-Bünde ein Feature sind, dass es so nur in der 25th Anniversary Edition gab. Ansonsten könnt ihr euch so einen California Bass in ähnlicher Manier gestalten lassen, mit uns ausarbeiten, wie der auszusehen hat. Das sind alle Farbmöglichkeiten, Relic, Nicht-Relic, was auch immer. Das geht alles. Also, wenn ihr Interesse habt, vorbeikommen, den blauen ausprobieren und dann kontaktieren und den Wunsch-Bass zusammen mit dem Jürgen von Gittershark entwickeln. So, und jetzt hören wir uns das mal an. Eigentlich wollten wir einen anderen Amp benutzen, aber die Fender Bassman TV-15 Kombi mit dem Tech-21 NYC VT-Bass fanden wir so großartig, dass wir diese Kombo jetzt nochmal benutzen. Und jetzt hören wir uns das mal. 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 Und jetzt hören wir uns das mal.